Die erleichterte Einbürgerung der dritten Ausländergeneration, erleichtert, erklärt. Das hier ist ein Schweizer Pass. Das bist du. Und die erleichterte Einbürgerung, die bringt euch beide zusammen. Nein, nicht so, sondern so. Willkommen zur neuen erleichterten Einbürgerung. Du bist jünger als 25 und in der Schweiz geboren? Ein Elternteil von dir ist hier zur Schule gegangen? Auch einer deiner Großeltern hat schon in der Schweiz gelebt? Dann gehörst du zur dritten Ausländergeneration. Hast du hier mindestens fünf Jahre die Schule besucht und verfügst über eine Niederlassungsbewilligung? Wenn du zudem eine Landessprache sprichst, dich an die Gesetze hältst und eine Ausbildung machst oder arbeitest, dann erfüllst du alle Kriterien. Und das heißt, du bist bereit für die neue erleichterte Einbürgerung. Denn neu entscheidet der Bund direkt über dein Einbürgerungsgesuch. Dies erleichtert dir den Weg und spart dir Kosten. Die Einbürgerung ist verbunden mit Rechten und Pflichten. Das heißt, du erhältst die Sicherheit, in der Schweiz bleiben zu können. Du darfst wählen und abstimmen und musst, sofern du ein Mann bist, Militärdienst leisten. Falls dein Herkunftsland keine doppelte Staatsbürgerschaft anerkennt, müsstest du diesen Pass jedoch aufgeben, um in der Schweiz eingebürgert werden zu können. Bist du bereit? Die Eidgenössische Migrationskommission zeigt dir Schritt für Schritt, wie du vorgehen musst. Und vielleicht bist du schon bald auch auf dem Papier eine Schweizerin, ein Schweizer. Die Eidgenössische Migrationskommission zeigt dir Schritt für Schritt für Schritt für Schritt.